BR 2020 Die Freundschaftswoche im Disney Channel. Das ist unser Freundschafts-Check. Das Besondere an unserer Freundschaft ist, dass wir immer zusammenhalten. Und dass wir uns nie im Stich lassen. Wenn uns jemand ärgert, lassen wir uns nicht im Stich. Dann kommt der andere meistens. Ich denke eigentlich das Gleiche wie die Anna. Nur eine Sache hat die Anna, glaube ich, begann. Dass wir uns gegenseitig helfen. Freundschaft ist mich sehr wichtig, weil ich auch niemanden dann habe, der ich meine Geheimnisse erzählen kann. In der Zukunft würde ich mir wünschen, dass wir dann einfach zusammen in ein ganz großes Haus ziehen und zusammen leben können. Niemand kommt bei uns in die Freundschaft. Ich lass da niemanden rein. Niemand. 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 Untertitelung des ZDF, 2020